Okay, let's go! Ich habe ein Video gesehen, wo wir, man könnte es auch das Noob-Video nennen. Echt, das war, das war nicht schön. Oh, und wir fangen schon wieder als Tee an. Als Tee anfangen ist genauso unschön. Ich glaube ab, ich werde mich absichtlich runterfliegen lassen. Na los, komm, zeigt euch. Warum kommt denn keiner beim Spawn? Oh nein, den habe ich nur angeschossen. Sag mal, kriegst du den auch nicht? Nee, ich treff den nicht. Nee, ich auch nicht. Alter, ich treffe aber gerade gar nichts. Das war schon wieder ein paar mit Hyping. Naja, da müssen wir es angleichen, dann upload ich ein Video. Alter. Sind die gut drauf, oder was? Was? Sind die gut drauf, oder was? Ja, aber hallo. So, den nehmen wir noch mit. Alte Scheiße. Virus und ich haben nichts getroffen. Wollen wir über die Mitte? Ja. Könnte, wa? Wer hat denn die Bombe? Du hast sie, das ist klar. Ich, ja. Mit! Mach auf! Hab da Schmuck? Nee, hab ich nicht. Was? Nee, kein Geld drauf. Stein hinten. Äh, auf dem Ende. Ähm, Kitchen. One Kitchen. Alter. Au. Oh. Was ist mit dem los? Der schießt aber gemütlich. Sag mal. Die sind direkt vor ihm und der bratzt nicht, sondern duf, 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 duf. Dreht der Mausrad zum Schießen? Gab's ja auch früher welche, ne? Gab's ja auch früher welche, ne? Die schießen auf Mausrad hatten, um's dann nach oben zu drehen oder so. Voll lächerlich. Ja, nochmal B, oder? Ja. Alter, wir spielen gegen zwei Clans. Das ist voll unfair. Echt mal. Eat Snickers und Ghetto Gang. Oh, der hat nichts mehr. Zwei HP da. Schön. Oben Wohnung. Das gibt es nicht. Short. Hat nur noch 60. Ah, ah. Das war so dumm von mir, Alter. Was ist denn hier los? Ich nappel hier rum wie der letzte... Oh. Wie der letzte Max. So. Kaufen. Let's go. Let's go. Erstmal vorsichtig, wa? Ja. Strom. Strom, Strom. Strom. So ist das die Bombe, weißt du, ne? Ja. Einer ist Mitte. Ah, ich hab den nicht nah getroffen. Mitte weg. So sei. Ach komm. Hab den auch noch getroffen. ja ich versuch's mal über b ihr habt ja gut abgelenkt oder ist glaube ich eine ct spawn andere gemäßt aber b müsste komplett sauber sein die haben wir die bombe auf a und kämpfen da gerade auf a kommt einer von switch ja hier musst du wirklich ein bisschen und denken bei denen die sind gut die sind wirklich gut mit dem treffen und den einen triffst du halt nicht der ist genau wie m auf den jungen gesellen abschied den hast du nicht getroffen wir waren noch laser tag spielen auf meinem jungen gesellen abschied und da hast du als sensoren am körper und die waffe die auch als sensor dient und und man muss sagen eigentlich funktioniert das total gut also aber der hat wahrscheinlich kaugummi auf seinen sensoren gehabt oder ich weiß es nicht es war auf jeden fall ich habe einen hyping gehabt hype hegel eigentlich oh da kommt noch einer Ich glaube vor A kurz ist einer Okay T.T. spawnen wahrscheinlich dann Da kommt was durchs Nest Ich würde gern nochmal die Nate hier vom Spawn ins Nest, weißt du? Die wäre perfekt, die bräuchte ich in der Mitte Mal gucken wo die hinkommen Oh shit Nicht ins Nest, oben aufs Dach ist die geflogen Und ein bisschen zu weit links Der muss nachladen, ne doch nicht Schöner Lunke Der war aber auch dumm mit seinem Gesicht, wa? Ja Augekackei, T.T. spawnen Oh oh Oh, wo ist denn? Einer links haben wir, Diorus Ja Ach, zu lange, doch Jaja, das war eine sehr verschenkte Runde gerade Unnötig sag ich mal Begonnen bei mir und weiter geführt von euch allen Mhm So, aber Mitte kriege ich, der Sniper braucht zu lange zum überlegen Okay Let's go, my brothers Jetzt wissen wir woher Jetzt wissen wir woher der kommt Woher auch sonst Sag doch, der Sniper überlegt zu lange Smoke Smoke Oh Auf am Van, warte Ah, jetzt ist alles dicht hier Ich weiß Warum rennt der denn in den Switch? Was hat er denn für ein scheiß Problem? Ist am Stein noch was? Ne, ich glaube nicht Leg das Teil Ah So knapp Ich guck kurz Was machst du? Hier in der Wohnung Woll ich tippe auf Kitchen Na, da guck ich hin Ich hab mich sofort gesehen 35, Küche Hab ihn sofort gesehen 35, Küche Hab ihn sofort gesehen 35, Küche Ich hab ihn sofort gesehen, 35, Küche Ich versuche noch eine Smoke zu werfen Alter, was ist hier los? W-w-w-w Geh weiter So, dann würde ich mal sagen Versuchen wir mal die Ecke Oh ne, war nix Ne Ey, die liegt am Dach oben Ach scheiße, das ist alles kacke Dann versuche ich mal B zu snacken Ah, der ist weg Da ist auch einer Der ist aber weg Ah, gut T-Treppe Ja, der hat auch nix mehr ��ennes der andere ist noch switch irgendwie lege zwei sind bei mir hier das war dumm aber ich hab den noch auf weh geholt war trotzdem dumm tu mir leid tu mir leid kannst du mir was legen ja klar 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 was ist ich kann dir noch warte mal warte p90 also die auf b sind nicht gut kann man echt snacken aber ich weiß warum drüber er nicht nur was sagt er hierhin stellen an diese kante und dann auch drüber flash und los geht's das ist noch vor schweißer liegt an der tüche glaube ich versuch zu legen hier sortir von der tüche huppul vor'm fenster soja genau da an der wand ist er also linke wand er rechte hier so ja ich mein die spotmauer sorry ich sag nur die pistole weißt du und ich wusste ich hab grad nicht auf die dings geguckt marx mann ist doch sicher keine frau marx mann laufs marina ach so ist das süß mitte immer noch nichts switch gesmogt b auch jetzt besaue die snacken war uns also das ist so ja es ist schwer oder fordern sag ich mal aber wenn wir wenn wir konzentriert bleiben können das oder wie verkacken es wieder kurz vor schluss das ist ja unser auftrag wir werden zu überheblich zum ende hin immer schluss ja Ich habe eine Grenade. Smoke. Grenade. Smoke. Fuck. Na los guck. Oh nein. Scheiße. Am Spawn. Direkt in der Muchte. Okay, da haste Ruhe. Ah! Das war dumm, das war dumm. Aber wenigstens haben sie meine Aave nicht. Ja, spiele ich nochmal Aave? Lieber Autotacker. Mit Autotacker hätte ich den eben gehabt. Autotacker. Autotacker. Autotacker, ha? Na 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 na. Na 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 na. We will detain the best enemies. Ohi oi. Ohi oi oi. Na 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 na. Smoke. Oh, jetzt. Wo ich die Bombe hab, ne, da klappt's nicht. Gern, du sagst, hier auf B drauf gekommen, alleine. Okay, so holen. Am Van einer mit einer Augen. Der mag mich, oder? Naja, der mag mich schon. Ah, es gespawft. Ich hab gebombt. Ja, dann rennst du ab. Oh, komm, mein Keller. Okay, leg das ein. Blending. Mhm. Wie kurz kommt der? Mein Keller. Switch, hör ich was? Kann das sein? Nee, Switch ist leer. Hm, dann war das ein Step von unserem. Mein Keller ist auch leer. Unsafe, ja. Terrorists win. Hä? Wo kommst du denn her? Du darfst einkaufen. Ja, wo ist das denn? Wo ist das denn? Wo ist das denn? So, Virus, immer schön Bombe legen, ne? Damit du schön hier hochkommst mit deinen Punkten. Ah, ihr fetten Schweine. Schieb dich halt rum. Könnt den Lokführer holen. Ja, los, komm. Hört denn keiner meine Schüsse. Ey, nehm die meine Schüsse nicht wahr. Ah, zwei CT-Spawn. CT-Spawn. Linke Seite. Ah, zwei CT-Spawn. Ah, wie? Ich hab den voll drossen. Oh, komm hinten. Switch. Oh, okay. Wir haben beide auf den Spot geguckt, ja. Und vorher haben wir beide B-Kurz geguckt, ne? So ärgerlich, ey. Ich hab definitiv den einen in den Kopf geschossen, und sogar das Blut gespritzt, aber hab ich nämlich nichts abgezogen. Ja, hab ich auch manchmal, dass das da, also dass da nichts steht. Das ist deine Schüsse. Na ja, Sekfex, wir sind eigentlich ganz gut im Rennen, ne? Ja. Ich muss dem was nur nicht verkacken. Puh, 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 konzentriert bleiben. Die zeigen sich mitte nicht mehr. Komm schon. Nein, die zeigen sich mitte nicht mehr. Ich bin B schon fast drauf. Ich hör's ja von hinten. Von mitte, von hinten. Von uns hinten. Da kommt auf jeden Fall Küche. Ja. Oh, gerade noch, ey. In den Schädel, du Arsch. Was haben wir denn auf dem Tacho? Oh, punkte, punkte, punkte. Gigi, we'll play, bäh. Das hasse ich. Was soll das? Ist doch noch nichts entschieden. Der Drops, der Drops ist noch nicht gelutscht. Go, go, go. Text. Was soll das? Komm, zeig dich, zeig dich, zeig dich. Nesten, Sniper. Wo war das? Unten, ne? Mir denke ich, irgendwas klar. War ein Keller. Ich hab ver... Ja, fuck. Ich hab die Bombe nicht. Die Bombe. Nein, ich hing an der Kiste fest. Komm, B. Wohne kommt was. Okay, Big Quartz. Das ist auf jeden Fall gefährlich. Was, Küche? Auf den Spot. Oh, die Arme war schnitt schwer. Kitchen last. Der ist rausgegangen. No, Huck. So, jetzt hab ich kein Geld mehr für ne Arme. Schlecht, letzte Runde. Ja, ey. Was machen wir, was machen wir, was machen wir. Virus hat Geld für ne Arme. Äh, äh. Wollen wir tauschen? Was willst du denn haben? Hier ist die 90. Echt? Ja. Wo bist du? Ach, da bist du. Ja, ich hab was im Auge. Wie ist mit dem Made in China, ähm, Lee. Okay, Schmott. Komm, B. die Treppe hier oben. Hat sich wieder verzogen. Nein, du hast schon meine Waffe. Ich hab ein cooles Name für ihn. Für die Waffe. Made in China. Made in was? China? Made in China. Ach so, Made in China. Oder geklöppelt in Taiwan. Nein, das ist ja englisch. Wenn er klöppelt. Klöppelt. Klöppelt in Taiwan. Every day I'm klöppeling. Weinkeller, B. Jo, die kommen B. All B. Schon noch einer. Ist doch nie wahr. Ne, der war Apartment. Alter. Dieser X-Trace, ne? Der macht immer nur... Piu, 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 Piu. Schieß ich heute nicht, schieß ich morgen. Piu, Piu, Piu. Also... Mich regt einfach die Art und Weise auf, wie er schießt aus dieser Nähe. Nee. Oh, ich kann mir... Ich kann mir sogar nennen. Das ist nicht geil. Oh. Ich hab grad glitschige Hände. Bitschi, Bitschi, like. Bitschi, Bitschi, like. Bitschi, Bitschi, like. Den haben wir... Ja, den haben wir grad richtig geil gejagt. Weißt du, Halunke hat, äh, Feuer gemacht. Ich bin dann an ihm vorbei. Hinterher, Halunke, hinter mir her. Und dann batz, batz, batz. Das war richtig cool. Deckungsfeuer und gib ihm. Die haben manchmal nicht zu lachen bei uns. Manchmal. Und manchmal haben wir nicht zu lachen. We are out of here. Ich meine, das war auch schon wieder total schwachsinnig, was wir machen, ne? Oh, fuck. Mann, let's go. Zwei in der Mitte. Die Mafia da in der Mitte. Der will ich, der will ich. Nee, hab ich wahrscheinlich doch schon. Ja. Stimmt. Oh, Mann. Da ist keiner mehr da. Zum Kopfhörungen. Oh, boah. Hinten an den Kisten. Ja. Hier hab ich, glaub ich, zwei gehört. Wow. Hinten hab ich, glaub ich, zwei gehört. Ja. Da waren die zwei. Hals. Hals. Oh nein, meine Zigaretten. Oh, hier ist die letzte. Oh, da liegt ne neue Schachtel. Echt, immer wenn ich zur Tanke fahre, ich kauf immer gleich zwei oder drei, ne? Es ist so schlimm. Ich muss mit diesem Laster aufhören. Alter, wie schnell die schießend um die Ecke kamen. Wie? Run, wie? Run, wie? Run! 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 Ah, die bauen wir wirklich. No! Weißt du, wenn andere so doof sein können über, über den Sprachchat, dann kann ich das auch. Kaufen. Kaufen, 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 kaufen. So, jetzt mal wieder ein bisschen im Arsch sitzen, ne? Ja. Sneaky wiki. Hier kommen Nates, ne? Ah, ah, kurz. Verlasst euch was? Kannst du auch aufpassen? Ich hab Verlasst. Zerreckt doch. Ja, einzig. Lasst euch Schritte, ne? Keine Miet? Oder was? Ja, über die Mitte war er. Aber Palast ist noch nichts. Noch einer. Boah. Weg. B kurz. Äh, A kurz. Let's Tester noch. Keine Muni mehr, keine Muni! Jetzt verreckt doch! Ratzen! Ratzen, 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 ratzen. Wow, 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 wow. Zwei Schuss. Wow, 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 wow. Achso, jedenfalls halt Lasertag, ne? Und die Sensoren. Und wir sind Emdem immer hinterhergelaufen. Wie blöde! Und, äh, ich war manchmal nur Meter von dem entfernt. Hinter seinem Kopf, ja? Und ich schieße und schieße und schieße und treffe den nicht. Der ist, glaub ich, echt am wenigsten gestorben. So eine Kampfrolle in uns so gemacht, ne? Kampfrolle? Die Kampfwurst hab ich gemacht. Da ne Bär aus, wa? Ja. Sieh aus, ja. Hä? Ich meine auch nicht, die sind nicht hochgegangen. Ich glaub, die kommen Weinkeller. Achso! Wo ist er? Wo ist er? Ähh, in der Küche. Tschöter deal! Ja, der hat sich ja auch nicht gekacht. von links. Springen wir ihn raus? Komm, wir werden alle getroffen. Ja, mich. Er läuft, ne? Mhm. Krass. Zedrod Ebani. Genau das wollte ich auch sagen. Warum gibt es nur Russen in diesem Spiel? Wieder der Aufruf von mir. Wenn ihr einen Clan habt und ihr wollt mal gegen den Pult spielen. Ihr seht ja, wie wir spielen. Wir spielen Nappel. Keine Russen. Das sieht schon wieder nach dem B aus. Jo, die rennen da lang. Bombe liegt im Weinkeller. Daumen reichen. Ja. Okay. Ich glaube, über mir. Ne, da ist gerade einer von uns lang. Ja. Dom. Meinen Sie damit die Kirche? Oder Palast? So, Dom, weißt du? Ja, Palast. Tom, ja. Dom. Jetzt verpetzen die sich schon gegenseitig. Peinlich. Hm. Aber mal ganz ehrlich, ne? Mal ganz, ganz ehrlich, ne? Ja, ja, ja. Ich hätte damit nicht gerechnet. Hättest du damit gerechnet? Nein. Okay. Okay, aber es sind noch zwei verfickte Runden, die wir mindestens für einen Ausgleich brauchen. Und wir können sowas verkacken. Das wisst ihr. Wir können das verkacken. Wir haben das voll drauf. Wir haben das Full da drauf. Oh, es geht schon los. In der Mitte. Mein Keller. Pannereinschrift. Ja, okay. Bitte schießen. Oben, Kisten auf jeden Fall noch. B-Quartz. B-Quartz, genau. Alter, hallo, ist die Waffe hässlich. Ist die hässlich, Mann? Hm. Aber nicht mal, ne? Puls, ey. Puls. Ich glaube... Wait. Jo, da liegt die Bombe im Weinkeller. Oh. Palast. Mit einem. Alter, der X-Trail, ne? Der X-Trail. Palast ist so einer, ne? Dom. So, Dom, ey. Na ja, man muss die Leute da abholen, wo sie sind, weißt du? Und wenn sie da halt von Dom reden, dann müssen wir dem Dom zeigen. Oh, war das dämlich von mir. Echt jetzt. Ja. Spiel jetzt mal ne Awe. Was? Spiel jetzt mal ne Awe. Ja, das machst du richtig. Machst du Palast, oder was machst du damit? Oder kommst du mit zu mir in die Mitte? Hm, nö. Da ist Platz. Ich kann mich in den Switch hocken. Oh, gute Ausschreiber. Ich gehst du den Switch, äh, okay. Grenade alt. Legge auf den Boden. Ich mag left... Äh, der war Mitte, ne? Ich mag left-handed-model gar nicht. Ich hab mir jetzt ein Video angeguckt von den Laser-Leuten. Der hat die ganze Zeit left-handled. Ja, vielleicht ist er auch. Ja, aber trotzdem mach ich das doch nicht im Spiel. Guck mal mal mit. Ach, doch. Ja? Einfach um sich damit zu identifizieren, oder was? Achso, ich mag's. Ihm raus. Ihm raus. Einer noch. John, ich werde absnipern. Mann. Du kannst es aber am Kopf vorbei. Oh, das war die Hand. Du bist so dumm, Alter. Du hast mir ein drittes Nasenloch geschossen, ey. Ja, aber total am Kopf vorbei. Okay, die sind so sehr cool unterwegs. Oh, da ist noch einer dahinter. Was? Die Letzten wollen ernsthaft spielen, oder was? Peinlich, ey. Ja, ohne Scheiß. Das war genauso peinlich wie meine Aktion. Das ist eine gute Ablegung. Oh, das ist ein CP, oder? Da ist er X-Trails. Das ist direkt durch. Weißt du, die hatten jetzt eine Möglichkeit, nur eine Runde zu holen. Sind die dumm? Oh, mir ist ein Projekt. Der letzte ist irgendwo bei einem Van oder bei der Mauer. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, den. Genau den. Ja, Mann. Nochmal schöner Move zum Schluss, ey. Schöner Move. Schöner Move. Made in China. Heißt das Ding mit Noten Scheine? Hast du schon ein Name-Tab drauf? Nein. Boah, kam echt dieses Easy. Das ist so peinlich, ne? Schöner Move, die Leute, das ist so peinlich. Ach, ich riesig, ey. Ach so, hier. Dürft ihr euch angucken, Leute. Dürft ihr euch angucken. Geh mal in die Schule, pizdui, su**. Geh nach, ey. No, понятно. Schöner, tisch, 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 tisch. Geh nach, wieder einer Homo-Base? Homo-Base? Keiner schreibt Homo-Base? Du Jesus, je**. Ja, meine lieben Freunde, Mirage haben wir mal wieder gerockt. Keine Ahnung, wie das passieren konnte, aber es ist passiert. Boah, echt? Und ich denke, das nächste wird Cash. Ich geh jetzt nochmal lullen und wir sehen uns im nächsten Video. Also haut rein und bis dahin. Ich muss noch kurz aus der Lobby raus. Tschüss. Ich geh auch mal lullen. Du musst noch Tschüss rufen. Lullen, tschüss. Tschüss.